Herzlich Willkommen zur Miracoli Room Tour. Heute möchte ich euch gerne mal einfach das Offline Miracoli zeigen, was es denn da so alles zu entdecken gibt. Wir beginnen im Außen, der Eingang. Und da sind wir schon angekommen in der Oase. Es ist eine jahrhundertealte Oase. Die ältesten Teile sind aus dem 12. Jahrhundert. Und so wie es heute dasteht, ist etwa seit 1870. 1622 im Dreißigjährigen Krieg wurde es von den Schweden angezündet und ist vollständig ausgebrannt. Die meterdicken Granitwände haben das aber ganz leicht überlebt und so stehen sie noch heute. In den Vorräumen und den Durchgängen haben wir mehrere Bilder von Persönlichkeiten aufgestellt, die mit ihrem Vorleben für unser Leben inspirieren können. Yogananda zum Beispiel. Es sind dies sehr berühmte Persönlichkeiten, denen wir nacheifern können. Na gut, Ganesha ist der Sohn von Taravati und Shiva. Das ist unsere Essensglocke, die wir verwenden. Die habt ihr ja vielleicht schon in manchen Videos gehört. Franz von Assisi. Es ist gar nicht so einfach, wirklich gute Lehrer zu finden, aber hier sind einige Beispiele, die ihr kennenlernen könnt. Bevor wir nun weiter gehen in die Küche, die ihr vielleicht auch schon kennt, drehen wir uns mal um und schauen uns die Speisekammer an. Dieser Raum ist etwas tiefer gesetzt, unbeheizt und hat also den ganzen Winter so ungefähr 4-5 Grad Celsius. Im Sommer wird es dann schon wärmer, wird es dann bis zu 13-14 Grad in diesem Raum bis im August hin. Es dauert schon eine Weile bis sich alles aufheizt. Jedenfalls ein idealer Lagerraum für die Lebensmittel. Im Sommer geben wir dann schon das frische Gemüse auch in den Kühlschrank, weil da hält sich doch besser frisch als in der Speisekammer. Die Erdäpfel etwas lichtgeschützt hier hinter dem Vorhang. Die Karotten verstauen wir in dieser Kiste hier, in Sand eingelegt. So halten sie ganz lang bis in das Frühjahr hinein. Dann drehen wir uns wieder um, verlassen wir die Speise und schauen wir mal in die Küche hinüber. Ja, die Küche, der zentrale Mittelpunkt der ganzen Videos, die kennt ihr ja bereits wahrscheinlich. Ja klar, mit Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd und Holzherd. Eine wunderschöne Küche. Hier finden auch immer die Kochkurse statt. Da schneiden wir gemeinsam und kochen gemeinsam. Und wenn wir zum Essen hier nicht alle Platz finden, dann können wir hinten in einem zweiten Essraum ausweichen. Den zeige ich euch dann gleich. Aber jetzt zuerst zum großen Raum, wo wir auch die Kochtheorie machen. Der Asana Raum, wo auch Asanas unterrichtet werden. Asanas, Pranayama und Entspannung. In der Mitte dieses Raumes seht ihr diese wunderschöne alte Säule. Das sind so Oberflächensteine. Auf denen ruht ein großer Teil des Hauses. Sind dies alles Granitgewölbe. Ganz alt. Hier seht ihr auch den Kachelofen. Der wird vom Küchenofen beheizt, vom Kochherd. Und somit bleibt dieser Raum ganz sauber. Dieser Raum ist eben das große Zentrum des Hauses. Hier seht ihr auch den Hauptaltar. Das wären natürlich alles Themen für verschiedenste Videos. Das alles mal zu erklären. Die Bhagavad Gita im Hintergrund. Und dann gehen wir da mal wieder hinaus in das eigentliche Zentrum. In das sogenannte Brahma. Im Vastu wird ein Gebäude als Wesen betrachtet. Und dort wo das Herz ist. Was wird als das Brahma bezeichnet? Sozusagen ist jedes Haus ein lebender Organismus. Und das Brahma habe ich hier das Shriyantra hineingestellt. Nach Vastu. Also das ist die indische Gebäudelehre. Oder auch Vassati genannt. So ähnlich wie Feng Shui. Es ist ein Gemälde. Das hier die Energie des Hauses erhöhen sollt. Über dieses Thema werden natürlich auch eigene Videos sehr schön. Also wenn ihr bestimmte Wünsche habt, was ihr da vielleicht wissen möchtet oder was ihr zuerst erfahren möchtet, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ja und hier seht ihr den Purusha, den ich vorher erwähnt habe. Purusha Mandala. Das ist ein Abbild des Hauses. Gehen wir mal weiter in den nächsten Vorraum. Hier seht ihr eine Umkleidekabine. Hier kann man mit dem Vorhang zuziehen und sich in Ruhe umkleiden vor oder nach der Yogastunde. Hier auch ein nettes Vorbild. Anandamai Ma. Und dann kommen wir schon in den Gästebereich. Hier kann man dann eben wie vorher erwähnt auch noch sitzen und in Ruhe essen oder Tee trinken nach der Yogastunde. Swami Sivananda, mein großes Vorbild. Hier seht ihr auch Swami Vivekananda, ein ganz berühmter Swami, der beim Parlament der Religionen 1897 in New York Welt berühmt wurde. Hier auch ein netter Ramana Maharishi, sehr berühmter Yogi. Und wenn wir hier weiter gehen, kommen wir in den Gästeraum. Betten, Kasten, alles was man halt so braucht. Wie ein kleines Hotelzimmer. Gut, dann gehen wir da wieder raus. Schauen wir ein bisschen nach draußen. Wenn wir hier vom Vorraum dann weiter gehen, kommen wir in den Schuppen, in den großen Abstellraum. Da stehen halt viele, viele Sachen. Dann weiter die nächste Tür. Jetzt dann in den Außenschuppen. Da stehen halt einerseits die Mistkübel, die kommen nicht ins Bild. Und dann habe ich hier Holz gelagert für den Holzofen, für den Kachelofen auch, den ersten Stock. Und dann gibt es noch einen kleinen Garten. Da sieht man jetzt nicht viel im Winter. Gehen wir wieder rein, da ist es wärmer. Und noch ein bisschen in den ersten Stock hinauf. Gehen wir mal die Stiegen rauf. Und wenn wir da links gehen, dann kommen wir direkt ins Büro. Hier ist der Platz, wo ich die Prajnas lege. Hier haben wir den Schreibtisch. Die digitale Zentrale. Hier ist auch noch ein kleiner Abstellraum. Da ist das Papier gehortet. Und wenn wir da wieder raus gehen, dann gleich links die Bibliothek. Sozusagen ein kleines Wohnzimmer mit vielen, vielen Büchern. Und dann geht es hier in den Privatbereich. Ja, Bad und Klo. Aber was ich euch gerne zeigen möchte, ist der Meditationsraum, der eben nur privat genutzt wird. Hier seht ihr den Altar, Shiva, Tablas, Ammonium. Das könnten wir natürlich auch mal nutzen für Videos. Ja, und wenn wir da wieder in den Vorraum hinaus gehen, hier kann man auch sitzen. Dann geht es noch in die Kinderreiche. Hier einerseits das Besondere der Inspire Me Tree. Ganz viele Punkte, die es auf der Welt gibt, sind hier zusammengefasst, beginnend mit den Wurzeln, mit den Yamas und Niyamas aus dem Raja-Yoga. Bis zu allen weltlichen Angelegenheiten, die man forcieren kann. Und hier im anderen Zimmer ist die Kreativität im Mittelpunkt, Musik, Klavier, Keramik. Ja, und so sind wir auch schon wieder am Ende unserer Room-Tour angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Schreibt in den Kommentaren, was ihr gerne genauer wissen möchtet. Ich habe ja viele Punkte hier jetzt einfach angerissen und nicht erklärt. Bis zum nächsten Mal.